Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Gerlach und ich begrüße Sie aus dem Mive Live Baking Center. Heute werden wir Pocchetta zubereiten, ein italienisch gefüllter Schweinebraten. Dazu nutzen wir dieses tolle Feature, den Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler. Für unser Pocchetta verwenden wir eines der 30 vorgefertigten Gastro-Programme aus unserem Mive Gusto Snack. Und heizen diesen schon mal vor. Die Pocchetta habe ich für diesen Zweck schon mal aufgeschnitten, rolle diese nun aus, würze mit Salz und Pfeffer. Ich habe hierzu noch eine Rosmarin-Knoblauch-Mischung, diese verteile ich in der Innenseite, rolle das Ganze zusammen und werde es danach noch binden. Ein Vorteil für Sie natürlich, Sie können es auch von Ihrem Hausmetzger vorbereiten lassen. Wie Sie nun sehen, ist der Ofen backbereit und ich habe als Vorbereitung schon mal die GN-Blechauflagen eingesetzt. Das heißt, wir können unseren Braten direkt reinschieben mit Hilfe von unserem Kerntemperaturfühler, der an drei Punkten die kälteste Stelle des Fleisches misst, einen perfekten Braten zaubern. Beim Schließen der Türe startet das Gastro-Programm automatisch. Wie wir an unserer Steuerung erkennen, heizt der Ofen mit 135 Grad und etwas Gastro-Schwaden, damit das Fleisch nicht austrocknet, bis die gewünschte Kerntemperatur von 77 Grad erreicht ist. Wie Sie nun sehen, ist die Kerntemperatur von 77 Grad erreicht. Der Ofen heizt nun auf auf 230 Grad. Schaltet die Oberhitze hinzu und dadurch erreichen wir eine wunderschöne Kruste. Ich glaube, so einfach war Poket dazu bereit noch nie. Das einzige, was Sie dazu tun mussten, ist den Ofen anzuschalten, das Gastro-Programm auswählen, den Kerntemperaturfühler reinspielen und sich am Mive Gusto Snack erfreuen. Dadurch, dass der Mive Gusto Snack die letzten 20 Minuten die Oberhitze hinzugeschalten hat, kommt es zu dieser herrlichen Kruste. Perfektes Timing. Die Baguettes zu meinem Snack sind auch schon fertig. Ich glaube, ohne meinen Mive Gusto Snack wäre mir das nicht so einfach gelungen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.mive.com oder folgen Sie uns auf Instagram. Und ich gehe jetzt was essen. Ich gehe jetzt mal an. Untertitelung des ZDF, 2020